Ein wunderschönen guten Tag! Willkommen bei Benz Oase, Flora und Fauna. Ich mach mal Platz. Heute geht es hier um alle möglichen Exemplare. Wir haben hier einmal eine wunderschöne Monstera Deliciosa und Alocasia Calidora. Heute wollen wir verschiedene Sachen umtopfen, die ich jetzt hier schon einige Zeit in meiner Oase beherberge und da möchte ich gerne eine kleine Änderung vornehmen und ihr sollt mich dabei heute hier begleiten. Jawohl, dann wollen wir mal starten. Also der Plan ist es heute, dass zwei weitere Exemplare von Monsteras und zwar diese hier und diese hier, die beiden Monstera Deliciosa Babys, nenn ich sie jetzt einfach mal, mit dieser hier zusammen kultiviert werden, damit der Topf so ein bisschen voller wird. Und das ist heute jetzt erstmal Planung. Also Monstera Deliciosa soll zusammen gesetzt werden und dann ist der nächste Plan, dass die Alocasia Calidora, die ich momentan hier beherberge, zusammen mit einem großen Topf an Land, weil die sehen im Moment nicht so schick aus alleine und ich erhoffe mir, dass sie dann dadurch schicker werden. Ich guck grad, wo ich hier die ganzen Exemplare hab. Ich hab hier eine Alocasia Calidora, die hat hier auch irgendwo, sieht man hier so ganz in klein, ich hoffe man sieht es. Hier hat sie einen neuen Ableger und hier und hier treibt die neu aus. Das heißt, die war eigentlich mal richtig riesig, also die hätte hier das Bild komplett überwunden sozusagen. Wenn ich die hier hingestellt hätte, hätte man mich nicht gesehen, weil die hat halt wirklich riesige Blätter ausgebildet. Das hier nennt man ja auch Elefantenohr und die Monstera ist auch bekannt als Fensterblatt. Also Elefantenohr, Fensterblatt. Das hier ist ein weiteres Exemplar von Alocasia Calidora, die zusammen kultiviert werden sollen. Ich möchte die gerne zusammen kultivieren, weil das schon mal ganz gut geklappt hat und ich möchte auch so ein bisschen Platz einsparen. Ich hab hier echt mittlerweile extrem viele Pflanzen, die jetzt nicht nur in diesem Zimmer, sondern allgemein in der ganzen Bleibe und auch in der Oase, in dem Garten. Und um ein bisschen Platz zu sparen und den Pflanzen was Gutes zu tun. Hier sieht man zum Beispiel, die hatte hier noch einen weiteren Kopf, mehr oder weniger, könnte man das so bezeichnen. Der ging ein, tatsächlich. Vielleicht kommt da aber nochmal was, ansonsten hat sie hier eins, zwei, drei Sachen, wo sie kommen. Vielleicht weiter unten auch nochmal. Aber das werden wir gemeinsam gleich herausfinden. Also dann haben wir hier ein Kandidat, ein Alocasia Calidora, zweiter Kandidat Alocasia Calidora, dritter Kandidat Alocasia Calidora. Die sieht nicht mehr so toll aus. Also hier kommt was, da kommt was. Hier oben erscheint ebenfalls was. Das Blatt hier sieht nicht mehr so toll aus, aber ich habe die Hoffnung, dass die hier noch was nachschiebt. Und das ist wie so eine Art Kreation, Bonsai Alocasia. Normalerweise wachsen die ja, wer weiß wie hoch und einstängig, aber was das hier geworden ist, ich habe das irgendwo mal in einem Laden gesehen, wo ich einkaufen war und dachte mir so, alter Vater, die muss auf jeden Fall mitnehmen. Weil das sieht einfach brutal aus. Besonders wenn man die jetzt so zusammensetzt, da kann nur was richtig schönes bei rumkommen. Definitiv. Ja, Platzproblem. Jetzt kommt hier der letzte Kandidat, Alocasia Calidora, die ich überhaupt habe von meinem letzten Experiment, was ich da gemacht habe. Also viel lief da ja nicht so gut, aber das ist hier ein Überbleibsel. Die ist komplett stabil geblieben. Die schiebt hier auch ein neues Blatt nach. Hier sieht man diese kleine Spitze. Ich hoffe es stellt scharf. Und ja, die wird auf jeden Fall richtig stabil. Die kommt mit den anderen drei Pflanzen zusammen und somit hat man dann wieder ein riesiges Alocasia Calidora Töpfchen. Und das soll dann erstmal so ein bisschen vor sich hin vegetieren und wachsen und gedeihen. Und dann wird das glaube ich richtig schön. Man muss sich den Stamm hier so ein bisschen vorstellen, wie bei einer Banane. Und also das ist eher so staudenartig, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und das werde ich jetzt tun. Also habe ich jetzt eigentlich gerade schon beschlossen, wir fangen mit der Alocasia Calidora an und machen dann weiter mit der Monstera Deliciosa, mit diesem riesen Teil hier. Ich mache mal hier jetzt ein bisschen Platz und schalte euch auf schnell, damit ihr jetzt hier nicht die ganze Zeit mehr dabei zugucken müsst, wie ich hier mein Graffel von A nach B räume. Sowas hier so machen muss, damit das dann halt auch vorangeht. Erstmal gucken, was für Töpfe man noch so hat, weil macht ja auch keinen Sinn ständig immer Geld in Plastik zu investieren. So Recycling mäßig alles benutzen, was man hat. Und nicht immer nachkaufen, nachkaufen. Sondern davon profitieren, was halt hier am Start ist. So, also ich stelle mir das eigentlich so vor, dass die jetzt hier aus ihren Töpfen rausgeholt werden und in einem großen, gemeinsam hinein kultiviert werden. Ich möchte diesmal allerdings nicht so einen großen Topf nehmen, wie beim letzten Mal. Aber beim letzten Mal hatte ich so einen überdimensionalen Topf, der war ungefähr so, ich weiß gar nicht, was ist das hier im Durchmesser, 60 cm circa. Und diesmal möchte ich es kleiner machen, weil teilweise haben die kleineren Pflanzen daraufhin nicht mehr genug Wasser abgekriegt und die größeren wurden immer größer und die kleineren sind irgendwann flach wieder. Die großen haben dann teilweise viel zu viel Wasser gekriegt, die kleinen gefühlt viel, viel zu wenig. Ja und jetzt testen wir es mal ein bisschen anders. Ich habe hier zwei Töpfe zur Auswahl. Das wäre einmal dieser hier, also das ist ja natürlich hier nur so ein Übertopf. Also es geht hier um den, boah das wird echt eng. Oder die Alternative, der Alternative Topf wäre der hier. Ich glaube schon fast, dass der sich mehr anbieten würde als der. Ich setze da eigentlich meistens, also habe ich mir damals gekauft von der Marke Elbow. Weil ich finde da lässt man so viel Kohle für einfach nur so ein Stückchen Plastik. Und soweit ich weiß setzt Elbow auch auf Recycling. Aber ich bin mir ja genau Made with Recycled Material. Das ist doch super. Genau mit Drainage Holes, das ist hier unten. Damit das Wasser halt ablaufen kann. Und wenn man das irgendwie in so einen Topf rein stellt, dann steht das hier quasi nicht drin. Sondern hier ist halt so ein kleiner Absatz von, ich sag mal, 2 cm. Der ist eigentlich eine ganz nette Produktion. Und auch wenn es halt Recycled ist, dann hat man auch, obwohl man Plastik gekauft hat, irgendwie trotzdem was Gutes getan. Also so wird es einem deklariert. Aber das finde ich auch eigentlich, so finde ich das. Die muss hier auf jeden Fall raus. Weil die ist schon, die wird, die ist gar nicht mehr so hart, wie ich das gesagt habe. Zumindest nicht an allen Stellen, okay. Dann würde ich sagen, ich packe die jetzt hier erstmal alle aus. Gucke mir die Wurzeln an, was da Sache ist. Und dann wähle ich einfach den Topf. Ich glaube, das ist schlauer. Aber zuerst ziehe ich mir halt meinen Jack aus. Für alle, die sich fragen, was das hier für ein T-Shirt ist, das habe ich auch ein Konzert erworben von Joachim Witt. Das war alles vor der Corona-Pandemie. Das war total interessant. Der ist aufgetreten in so einer Kirche. Da war die Akustik richtig fünft. Für alle die Menschen, die nicht wissen, wer Joachim Witt ist. Der Goldene Reiter. Super gestört und super versaut. Super gestört und super versaut. Der Herbergsvater. Ich bin euer Herbergsvater. Und vieles mehr. Jawohl, gut, dass wir auch darüber geredet haben. Okay, ich habe mich jetzt eigentlich für diesen Topf hier entschieden. Also den kleineren von den beiden. Weil die Pflanzen haben gar nicht so krasse Wurzeln, wie ich vermute es hatte. Und ich glaube, das wird schon passen. Also den Dicken, den werde ich jetzt mal gucken, dass ich den hier irgendwie so in die Mitte eingepflanzt kriege. So und ich muss auf jeden Fall viel, viel weniger gießen. Weniger ist oftmals mehr. Auch wenn das manchmal so ein bisschen an eine Bananenstaude erinnert. Also die Fachmänner und Fachfrauen und Fachdiversen, die werden mich jetzt hier wahrscheinlich lünchen, dass ich das sage, dass mich das an eine Bananenstaude erinnert. Aber für mich ist das irgendwie so. Vielleicht werde ich die irgendwann mal in einem Bauhaus irgendwie nebeneinander haben stehen sehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich die viel, viel weniger gießen. Ich habe die viel zu viel gegossen. Aber das ist halt so das Ding. Das muss man halt rausfinden. Entweder zu viel oder zu wenig. Auf jeden Fall muss ich die Alokasien bisher so beschreiben, dass sie relativ zickige Pflanzen sind. Also ich hatte auch eine Alokasia Polly. Die sieht man auch in irgendeinem Video von mir von vor einiger Zeit. Und das war einfach eine übelste Zicke. Also entweder zu viel gegossen, zu wenig gegossen. Da muss man echt ein Feingefühl entwickeln. Und da kann man jetzt auch nicht irgendwie sagen, weiß ich nicht, alle drei Tage mal gießen. Weil gießen ist ja auch für jeden immer so eine individuelle Sache. Also habe ich festgestellt. Der Detlef Römisch hier zum Beispiel. Der alles immer so ungekattet hochlädt. Krass beeindruckender Pflanzenpflanztyp. Der erzählt immer was von irgendwelchen Mikrosiemens und Einheiten und Milliliter und was weiß ich. Aber ich habe noch nie irgendeine Gießkanne von mir oder irgendwelche UV-Strahlen von mir hier abgemessen. Das würde ich wenn dann vielleicht bei den Schildkröten machen hier. Weil, weiß ich nicht, die kommen halt auch wenn ich mit denen spreche und so. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt da Bock drauf hätte für meine ganzen weiß ich nicht wie viele hunderte Pflanzen immer irgendwelchen Mikrosiemens abzumessen. Aber ich finde es mega beeindruckend, dass es jemanden gibt, der sowas tut. Also Chapeau, Hut ab an dieser Stelle. Aber für mich persönlich wäre das jetzt nicht der Weg. Aber das ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Also wenn hier irgendjemand Spaß daran hat, das mit diesem Siemens irgendwie zu klären. Oder Nokia. Oder was auch immer, dann macht das gerne. Aber mein Weg ist es halt nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Der Detlef Römisch, der ist ja auch nicht erst seit gestern dabei. Weil der macht das ja schon ein bisschen länger als ich. Und der fährt damit glaube ich ganz gut. Ja, danke. Jawoll, dann haben wir das auch geschafft, diese Umtaufaktion. Also so sieht das gute Stück jetzt aus. Da befinden sich jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Alokasia Calidora drin. Über dieses gute Stück habe ich ja quasi schon mal ein Video gemacht, wo ich die ganzen Informationen erzähle. Wo kommen die vor, wie heißen die und so weiter. Deswegen will ich mich da jetzt nicht wiederholen. Ich kann nur sagen, dass die Alokasien, die ich gerade schon erwähnt habe, zickige Pflanzen sind. Also da muss man sich echt rantasten. Ich würde sagen, die sind eher schon für Fortgeschrittene. Oder ich stelle mich da einfach so ein bisschen bresig an. Ich bin auf jeden Fall so der Baum-Typ und der Palmen-Typ. Aber Alokasien, das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall ist jetzt der Plan, die kommt jetzt hier rein. Und die wird erstmal nicht gegossen, weil die Erde noch ein bisschen feucht war. Genau. Und dann ist das erste Projekt abgeschlossen. Wunderbar. Die sieht doch richtig schick aus. Jetzt geht selbstverständlich weiter im Text. Also die Alokasie haben wir beendet und es geht weiter mit der Monstera Deliciosa. Da ist sie. Jetzt tun wir das Riesenteil hier mal drauf. Und dann gucken wir mal. Also da ist jetzt so ein Stab auch schon mit eingebunden. Weil das liegt nämlich daran, dass die Pflanze keinen Stamm bildet, der die Pflanze eigenständig aufrecht gehen lässt. Das bedeutet, die braucht was. Das ist eine Randpflanze in freier Wildbahn, in Dschungel. Da wächst die an Bäumen und an Palmen hoch. Oder auch am Bambus oder wo auch immer. Und die wird, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Ich meine, ich habe herausgefunden, 30 Meter hoch. Bis zu 30 Meter kann die wirklich tatsächlich wachsen. Und die Blätter, die man sieht, die können bis zu 50 Zentimeter breit werden. Also das werden so richtige Apparate. Und wenn die Pflanze viel Sonne abkriegt, passiert diese Aufteilung. Also das bedeutet, dass die hier so Einkerbungen bekommen. In welchem Blatt sieht man es denn noch gut? Hier vorne. So sieht ein richtig gesundes, originales Monstera Deliciosa Blatt aus. Und das wird dann halt von Blatt zu Blatt kann das immer noch viel größer werden. Bei ihr ist das jetzt so, die hat jetzt nicht den allerbesten Standort bei mir hier in der Wohnung. Und deswegen bildet die halt nicht so viele Blätter mit den Löchern aus. Der Pflanze geht es trotzdem gut. Aber das ist hier wie so die finale Form könnte man sagen. Also klar, besser geht immer. Aber ich bin schon ganz schön zufrieden mit der, weil ich habe die auch bekommen, wo die ungefähr so groß gewesen ist. Und das ist schon ein krasses Upgrade, wenn man sich das jetzt anguckt. Hier ist die in so einem kleinen Töpfchen gewesen und die füllt jetzt hier mit ihrem Wurzelwerk echt schon komplett den ganzen Topf aus. Also ist genau dieselbe Geschichte wie mit der Alokasia Calidora, dass hier noch ein weiterer Topf drin ist und das hier wie so der Übertopf ist. Genau. Mein Plan ist jetzt einfach links und rechts von dieser Riesenpflanze nochmal so ein kleines Pflänzchen dazu zu tun, damit die schneller, breiter und hübscher wächst. Also für meine Meinung. Genau. Ich setze da noch ein paar zu, kultiviere das zusammen. Man muss dazu sagen, ich konnte vom Detlef Römisch lernen, diese Pflanze ist ein sogenannter Starkzehrer. Das heißt, die benötigt nicht so viel Dünger, wenn ich das richtig verstanden habe, aber dafür ein bisschen mehr Wasser. Und das sehe ich auch daran, dass wenn man die bedacht gießt, also jetzt nicht immer, wer weiß wie viel, eine 5 Liter Kanne drauf oder so. Aber wenn man die einigermaßen mit Bedacht gießt und immer mal wieder und die ordentlich feucht hält, dann geht die voll ab vom Back zu. Und wenn ich jetzt noch ein sonniges Plätzchen für die über habe, dann wird die noch mehr eskalieren. Jawollo. So sieht das Teil jetzt aus. Monstera Deliciosa, ein bisschen breiter gemacht. Ich möchte dazu noch gerne erwähnen, dass diese Pflanze wie so Luftwurzeln ausbildet. Das bedeutet, hier zum Beispiel kann man die erkennen. Dieser kleine Pin hier, oder auch das hier, oder hier sieht man das auch, und hier. Und damit versucht sich die Pflanze, um den Baum gegebenenfalls in freier Wildbahn drum zu ficken und weiter zu machen. Das sind halt Luftwurze. Wenn man jetzt an der Stelle was abschneiden würde und das in Wasser stecken würde, könnte man die Pflanze auch so vermehren. Aber dazu kann ich nochmal ein extra Video machen. Ich hätte mir jetzt also diese zwei weiteren Monstera im Kleinen nicht kaufen brauchen, sondern ich hätte mir auch selber Ableger holen können. Aber der Preis, der war einfach unschlagbar. Das Ding ist halt, dass in so Kaufhäusern, egal ob jetzt in irgendwelchen Baudiscountern oder auch Lebensmittelläden, da gibt es manchmal Pflanzen. Und ich weiß halt von einer Bekannten von mir, die in einem Lebensmittelladen arbeitet, dass die tatsächlich auch Pflanzen beziehen. Die kriegen die von dem Großhändler. Da haben aber den klaren Auftrag, die dürfen nicht gießen. Weil dann ist der Laden dreckig, weil die haben dann keine Untersetzer. Und wenn man sich anguckt in was für Töpfen, die verkauft werden, also in solchen hier, da sind darunter Löcher und dann setzt man halt den ganzen Laden unter Wasser. Und deswegen wird das einfach strikt nicht gemacht. Das bedeutet, irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt verkauft der Laden die Pflanzen dann unterm Einkaufswert. Oder unter dem Einkaufspreis, den der Laden selber gezahlt hat. Ja und dann kommen so Menschen wie ich um die Ecke und sagen, das kann doch nicht sein. Weil wenn die Pflanzen nicht gekauft werden, dann gehen die kaputt und werden einfach weggeschmissen. Das heißt, es wurden etliche Ressourcen verbraten. Wasser, Dünger, Erde, Lieferungen. Die sind teilweise gefühlt um die halbe Welt gefahren. Die kommen irgendwie aus Ecuador, Spanien, Italien, Griechenland, was auch immer. Ja okay, halbe Welt wäre jetzt vielleicht dann eher Neuseeland, aber das ist ein anderes Thema. Das behandle ich da oben mit der Erde. Nee, das ist natürlich nur ein Spaß. Eigentlich bin ich nicht so der Mensch, der sagt, boah, hier kauft ihr jeden Ramsch. Aber bei Pflanzen, das sind halt auch irgendwie lebende Organismen. Und das finde ich halt echt schade, wenn die einfach weggefeuert werden. Vor allem wenn man sich überlegt, was die für einen Weg schon hinter sich haben. Ja, dann ist das jetzt hier auch abgeschlossen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich mache nochmal einen Direktvergleich. Monstera Deliciosa, Alucasia Calidora und somit sind wir fertig. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächsten Tage kommen dann noch weitere Sachen. Wer mich auf Instagram verfolgt oder auf TikTok oder Facebook. Ich poste das meistens so, dass ich auf Instagram Sachen hochlade, die dann ebenfalls auf TikTok hochlade und auf Facebook. Also das ist alles immer so synchron. Das heißt, wenn jemand kein Instagram hat, kann er mir auf TikTok folgen. Wenn er kein TikTok hat, haben die meisten Facebook. Oder es findet sich alles hier ein. Diese ganzen Shorts Videos, die es hier gibt, die sind auch alle die, die Instagram entsprungen sind. Beziehungsweise meiner Feder. Und daraufhin findet sich alles zusammen. Das heißt, wer mich hier abonniert, das wäre natürlich mega toll. Ich freue mich mega über die 111 Abonnenten. Hoffentlich werden es noch bald mehr. Ich freue mich darüber. Ich finde das richtig cool, dass ihr hier so am Ball bleibt und mir auch die Kommentare schreibt und so weiter. Und es kommen auf jeden Fall noch mehr Videos über Kalatea, Palmen, Palmen in Deutschland, die Oase, Schildkröten, Jucca, Drachenbäume, Bäume, Zitruspflanzen und 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 und. Ich hatte auch überlegt, ich stehe jetzt hier gerade in so einem Raum, der jetzt hier so mein Hobbyraum geworden ist, mit Bens Oase quasi, mit den Schildkröten, mit den Pflanzen und auch mit einer Kraftstation. Wenn ihr zum Beispiel mal ein Review haben wollt über diese Kraftstation, ich kann euch dann auch mal die Marke hier natürlich nennen, dann kann ich euch mal so ein bisschen zeigen, ob das Teil cool ist. Wenn ihr wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten mache ich es vielleicht trotzdem, auch wenn keiner das sagt, weil vielleicht erreiche ich dann jemanden, den ich damit weiterhelfen kann. Hab das Gerät dann nochmal durchgetestet, obwohl ich das eh schon habe, aber man weiß ja nie. Alles klar, ich danke euch fürs Einschalten. Wenn ihr Beiträge hiervon sehen wollt über die Alokasia Calidora oder über die Monstera Fotos, werde ich hier auf YouTube nicht teilen, aber das mache ich dann natürlich auf Instagram. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Benzoase, Flora und Fauna. Bis bald. Ciao.